Hi, hi. Heute ist Tag X. Kapitel X, du Opfer. Genau, und das packen wir jetzt aus. In ASMR. Was ist denn da eigentlich drin? Checken wir mal den Inhalt. Album inklusive Bonus-Track. Eine Kette. Ein handschriftlicher Abschiedsbrief. Signierte Autogrammkarte. Und ein Klebetattoo-Set. Und was ist mit der Cap? Oh. 4-Ticket. 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 Da ist sie. Eine Albumbox von unserem dritten und letzten Album Kapitel X. Damit verabschieden wir uns von einer unvergesslichen und einmaligen Zeit als die Loris. Das Schöne ist, dass jedem Ende ein neuer Zauber inne wird. Und genau das das ist, was uns antreibt. Nach vorn zu gehen. Neues wagen. Mutig zu sein. Packen wir es also an und stürzen uns in ein neues Abenteuer. Bist du dabei? PS. Danke für einfach alles. Bist du dabei? Bist du dabei? piang des Teufels geradeaus Das war's für heute. Geiler Scheiß, mega, vor allem aber auch die neuen Songs, die uns jetzt seit Mitternacht durchgestreamt haben, können uns überhaupt nicht entscheiden, welcher unser Favorit ist. Unter unserem letzten Video haben wir dich das ja schon mal gefragt. Wenn sich das jetzt geändert hat, schreib uns das doch nochmal. Und schreib uns jetzt unter dieses Video, welchen der Inhalte der Box du so am coolsten findest. Die Favorites von Heiko und Roman erfährst du hier. Wir kleben uns jetzt ein paar Tattoos, oder? Ja, Mann, tschüss. Kacke.